Kommen wir zur Vorbereitung der Druckteile. Die Druckteile, die im DICE eingesetzt werden, sind zwei kurze und zwei lange Streben, neun von den kleinen Verbindungsblöcken und zwei etwas größere Verbindungsblöcke, die jetzt hier in Aluminium liegen. Die habe ich nicht als Druckteil hier zu zeigen. Ihr seht hier welche aus Kunststoff und welche aus Aluminium. Die sind genau gleich. Das liegt daran, dass ich mein DICE zuerst als Prototyp mit den Druckteilen aufgebaut habe, eh vorhatte auf Aluminium zu wechseln. Deswegen haben wir auch diese Form, wie das in Aluminium das Rohmaterial zur Verfügung steht und habe anschließend auf Aluminium gewechselt und habe dabei aber keine Verbesserung im Druckbild festgestellt, woraus ich schlussfolgere, dass die Druckteile mindestens genauso gut sind wie die Aluminiumteile. Wer Aluminiumteile benutzen möchte, kein Problem. Das macht den DICE noch ein bisschen hochwertiger, da der eher aus Vollmetall ist und wer Druckteile einsetzen möchte, auch gar kein Problem. Die sind alle nachher verbaut und wenn die Gehäuseplatten draußen dran sind, dann sieht man von den Druckteilen nichts mehr. Zur Vorbereitung der Druckteile. Wenn ihr die druckt, anschließend bitte mit einer Pfeile von allen Seiten gerade machen. Besonders der Toplayer ist ja gerne mal ein bisschen rau, damit das schön nachher an den Blechen anliegt. In alle Löcher hier kommt M3-Gewinde. Auf jeder Seite, in jedem Block, auch hier, die ich jetzt nicht da als Kunststoffteile habe, überall wo Löcher sind, M3-Gewinde. Ebenso geht das weiter mit den Stelzen, Streben, wie auch immer. Überall M3-Gewinde, außer zwei Ausnahmen. Die langen Stelzen haben solche Löcher, die relativ nah am Rand sind. Die könnt ihr einfach auf 3 mm aufbohren oder so lassen. Hauptsache die Schraube passt locker da durch, die 3 mm Schraube. Da wird nachher eine Schraube durchgestellt. An den Kopfenden der Streben gibt es kein M3-Gewinde. Da ist M4-Gewinde, mindestens 10 mm tief M4-Gewinde. Also die Löcher sind mit 15 mm eingezeichnet. Ihr habt da genug Platz. Wenn ihr da Gewinde schneidet, das ist ein Sackloch. Öfter mal den Gewindeschneider wieder rausholen, ausklopfen, dass sich das Material da drin nicht staut und euch das Leben unnötig schwer macht. Des Weiteren, wenn ihr die als Druckteile ausfertigt, müsst ihr die Maße beachten. Nehmt euch nachher einen Messschieber und messt die Druckteile. Besonders ABS, das ist hier ABS. Wenn man das ohne Größenanpassung druckt, wird das zu klein. Ich zeige euch mal das Original. Das Original sollte 34 sein, mal 20. 34 mal 20. Und das Druckteil? Weniger als 33,5 mal 19,8. Anderes Druckteil? 19,7 mal 33,4. Die schmale Seite ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist die hohe Seite, weil die das Spiel des Y-Carriers, des Y-Laufwagens bestimmt. Die sollte also 34 sein. In eurem Host-Programm, in eurem Slicer könnt ihr die Druckteile skalieren. Macht da ein, zwei, drei Prozent, je nachdem was für ein Material ihr benutzt. Größer und druckt erstmal einen, messt nach. Lasst das Teil abkühlen, wenn ihr das von der Druckplatte runterholt. Wenn es 60 Grad heiß ist, ist es immer noch größer als nachher, wenn es handwarm ist. Also lasst das kurz liegen, legt es kurz auf eine kalte Oberfläche, dass es schneller abkühlt und messt es nach. Ja, 33 seht ihr, dass es bei mir ABS geschrumpft ist. Auch die Stelzen, bei den Stelzen ist das sogar, bei den Streben ist das sogar richtig extrem. Mal hier die gleiche Strebe, ja. Ich lege die mal hier hin, damit ich mir das glaube, lege ich hier was drunter. So. Ja. Zum einen Warping ABS, ne, seht ihr hier. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Aber was viel schlimmer ist, ist der Längenunterschied. Fast zwei Millimeter. Ja. Das kann man hier jetzt kompensieren. Ich habe jetzt hier bei meinem Prototypen das erste Mal einfach eine Unterlegscheibe unten und oben drunter gelegt. Die ist jeweils ein Millimeter, dann kam das wieder genau hin. Schwieriger wurde das dann bei den Löchern. Wenn ihr schrumpft, sind die Löcher nicht mehr an der richtigen Position. Ja. Skaliert das, guckt vorher nach, messt nach, wie lang die sein müssen. Die Stelzen, die Maße stehen in den Dateinamen und ihr seid damit auf der sicheren Seite. Sind die zu kurz oder zu klein, zieht ihr euch die Bleche krumm und wenn ihr krumme Bleche habt, verkannten Laufwagen oder es gibt Kratzer und läuft nicht schön leise und sauber. Noch eine kurze Anmerkung. Bei den kurzen Streben, seht ihr hier vielleicht, ist eine kleine Phase dran. Das kommt später mit der Pfeile. Bei Druckteilen kann man das einmal machen. Die Phase hier ist viel zu groß. Die ist gar nicht nötig. Es ist eine ganz kleine, die nur nötig ist. Das kann man nachher mit einem Cuttermesser eben weg machen. Da komme ich zu, wenn wir die Streben einbauen, dass wir das eben kurz bearbeiten, nur damit ihr das schon mal gesehen habt.